Nuki, wir machen Türen-Smart. Mein Name ist Martin Bansi, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Nuki. Wir sind jetzt seit fünf Jahren am Markt und in der Zeit von einem kleinen Team mit drei Mitarbeitern auf heute mehr als 100 gewachsen und decken mittlerweile alle Länder in Europa ab. Um so schnell zu wachsen, haben wir uns darauf fokussiert, ein Spitzenprodukt zu entwickeln und dann unseren Kunden es möglichst einfach zu machen, das auch wieder weiter zu empfehlen. Auf dem Weg in die europäischen Märkte war die Unterstützung von Gro International sehr wesentlich, um rasch vor Ort die richtigen Partner zu finden und unsere marktführende Stellung einzunehmen. Die Zusammenarbeit mit der Außenwirtschaft Auster kann ich auf jeden Fall anderen auch ans Herz legen, weil man durch die kompetente Beratung wesentlich schneller dann letztlich ans Ziel kommt. www.feyyaz.tv